Gibt es jetzt noch einen Klassiker für euch, da brauchen wir wieder eure Hilfe, das ist heute wirklich hier ein interaktives Ding und zwar brauchen wir von euch ein typisches Rock'n'Roll Geräusch, gebt uns mal ein lautes, überzeugendes, energisches, kraftvolles, genau, es muss aber von einem gleichzeitig kommen, sonst funktioniert es nicht, auf unsere Zeichen, dann gebt doch mal alles, Achtung und, genau das brauchen wir, Eddie Cochran's, come on everybody!